Was sind die großen Themen im ersten Studienabschnitt von JUS? Rechtswissenschaft unterscheidet sich von Universität zu Universität. Dann der Uni Wien, die größte Universität Österreichs, die als Juridicum dazuzählt. Aus dem ersten Abschnitt hat es natürlich jetzt einige Reformen gegeben. Jetzt ist es mit 5.1 und 5.2 aufteilt. Früher im alten Studiengang, im alten Curriculum, hast du Einführungs natürlich, dann hast du Römischrechtsrechtsgeschichte und Strafrecht.